hallo leute und herzlich willkommen zu einer neuen folge von jump leagur oder jump league ja heute spielen wir irgendwie wieder die gleichen maps kommt es mir so vor oder ist es so naja ich bin ja noch gar nicht richtig weit also kann ich das noch nicht wissen ich hasse das wenn ich die items so ein bisschen wegbar auf jeden fall ist das folge 2 von jump leagur und den sprung habe ich burg easy kiste hose schuhe essen jetzt habe ich wenigstens eine volle rüstung ok komm schön 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 jetzt auf diesen bild dann hier hoch und ich versuche das so gut wie möglich zu schneiden das jump run und pvp beim letzten mal da hat er eine richtig abgefuckt gespielt seine bewegung das war kein pvp das war ja fang das nicht feierlich muss man einfach sagen nein der letzte kack sprung und geschafft hier hoch hier hoch hier hoch sagt nicht das ist das abfucker modul das ist das abfucker modul verarschen ach du scheiße wer hat denn auf dieses modul lust schaffe ich diesen nein war die äpfel brauche ich auch ist der afk von hinten von hinten von hinten einer drecks lol hab ihn äh so jetzt der hier also kann er mal aufhören auf mich zu gehen das ist voll schrecklich soll er auf den camper gehen aber nicht auf mich durchgehend das ist doch nicht wahr folgt er mich immer noch wahrscheinlich ich sehe den nicht mehr der sneak da komm raus du hast lag du nimmst du doch nur mehr schaden so kann ich auch mit dem bogen auf durch ja genau lol von hinten dreckige teamer sage ich nur echt dreckige teamer was machen sie denn da sind sie irgendwie doof naja ich habe noch ein leben und schlechteste rüstung ja ok warum wählt er denn nicht das jetzt ok hä was ist denn das das ist doch kein pvp von hinten boah ja wie fair lass mich den kill holen und staub mich nicht ab ich dachte grad ernsthaft er ist in eine feine gerannt er ist irgendwie schneller als ich leckt grad der server ok der pfeil wurde nicht geschossen dann habe ich ja noch ein jetzt bleibt doch stehen warum immer von hinten man die sollen mal nicht abfacken und immer von hinten kommen von hinten war klar das ist auf jeden fall kein gg wert muss man sagen die haben so hart geteamt das ist doch nicht wahr ok auf jeden fall wir sehen uns beim nächsten mal ich hasse thema ja ciao